Eine perfekte Tasse Kaffee mit Softbrew zu machen ist so einfach, es ist revolutionär. Einfach den Softbrew-Filter in die Kanne geben, einen Esslöffel Kaffee pro Tasse zugeben, mit kochendem Wasser aufgießen, Deckel drauf und für ein paar Minuten brühen lassen. Das ist alles. Die perfekte Tasse Kaffee, gekocht mit Perfektion, ist fertig. Den Softbrew-Filter zu reinigen ist so einfach wie das Kochen. Man spült den Filter einfach unter fliessendem Wasser aus. Die Softbrew-Methode wurde von George Soden erfunden. Ihr Geheimnis liegt in den Millionen von winzigen Löchern im Filter. Der Filter hält den Kaffee in der Mitte des Gefäßs, um ihn beim Kochen seinen ganzen Geschmack zu entlotten und den Kaffeesatz aus ihrer Tasse zu lassen. Dieses revolutionäre Konzept wird durch ein weltweites Patent geschützt. Softbrew-Kaffee von Soden. Endlich wird Kaffee gemacht wie ursprünglich gedacht. Softbrew-Kaffee von Soden. Endlich wird Kaffeek von Soden Duygusal 60which für dielande